Ich grüße jetzt Wolfgang Petric, Präsident des österreichischen Instituts für internationale Politik und früherer Spitzendiplomaten. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Petric, die Zeichen stehen auf Krieg. Haben wir gehört? Wieso sind die Friedensverhandlungen, wenn man sie denn so nennen kann, offenbar zum Stillstand gekommen? Ja, ich sehe weder in Moskau noch in Kiew Zeichen dafür, dass man zu einer tatsächlich und ernsthaften Überlegung Richtung Waffenstillstand und letzten Endes dann zu einem Friedensvertrag gekommen ist. Ich fürchte eher, dass die Zeichen noch viel länger auf Krieg stehen werden, denn eine Großmacht wie Russland, fürchte ich, kann sich einfach nicht leisten, nachdem es ja schon am Anfang so schlecht für Russland gelaufen ist, jetzt dann einfach irgendwie abzubrechen, den Krieg. Ich nehme eher an, dass der Krieg in so etwas wie einen Abnützungskonflikt übergehen wird, dass Teile besetzt bleiben werden, dass es unter Umständen auch zu hybriden Kriegsformen kommen könnte und dass eventuell dann vielleicht ein Waffenstillstand eintritt oder in irgendeiner Weise ausverhandelt wird. Aber letzten Endes wird das kein Waffenstillstand im Wortsinne sein, sondern der wird sicherlich in irgendeiner Weise militärisch und in anderer Art und Weise fortgesetzt werden. Ich fürchte, der Krieg dauert noch ziemlich lang. Sehen Sie demnach keine Art von Kompromissbereitschaft, weder auf russischer noch auf ukrainischer Seite? Naja, es ist schwer, über Kompromisse zu sprechen. Wer sollte welchen Kompromiss schließen? Die ukrainische Seite sagt, wir wollen die Ukraine jedenfalls wie vor dem 24. Februar zurückhaben. Und Russland hat also groß angekündigt, dass man hier zu einer Denazifizierung und eigentlich zu einer Vernichtung einer Eigenständigkeit der Ukraine kommen möchte. Und da sehe ich im Augenblick eigentlich überhaupt keine Möglichkeit für einen Kompromiss. Wie lange gehen Sie davon aus, dass der Westen, die EU bzw. auch die USA noch zuschauen werden bzw. auch höhere Preise ja in der Europäischen Union in Kauf nehmen würden, den Krieg auch mehr oder weniger mitfinanzieren und auch durch Waffenlieferungen unterstützen? Glauben Sie, es wird zu einem Punkt kommen, wo die Europäische Union und auch die USA sagen, jetzt wäre es aber Zeit, sich wieder an den Verhandlungstisch zurückzusetzen, sonst können wir das bei uns in unseren Ländern nicht mehr argumentieren, diese Unterstützung? Wir steuern da sicher auf eine ganz schwierige Situation zu, auch gerade in der Europäischen Union, in den europäischen Staaten, weil ja hier allein schon die Diskussion auch läuft, Waffenlieferungen fortsetzen oder Waffenlieferungen aussetzen. Ich glaube, dass im Augenblick beide Optionen keine gute Lösung sind. Es sind beide schlecht, wie sehr oft in Kriegs- und Konfliktsituationen der Fall ist. Und solange das nicht wirklich aussortiert ist, das wird leider auf dem Kampffeld sozusagen passieren, im Krieg passieren, fürchte ich, dass Friedensbemühungen so wichtig sie sind. Und ich glaube, dass die Diplomatie jedenfalls im Hintergrund arbeiten muss. Aber es ist nicht der Tag der Diplomatie noch erreicht worden. Was muss denn bis dahin passieren, dass der Tag der Diplomatie kommt? Naja, es gibt verschiedene Modelle. Sehr oft wird zum Beispiel das koreanische Modell angeführt, wo also beide Seiten letzten Endes dann so ausgebaut waren, dass sie dann irgendwo gesehen haben, in einer Verhandlung in einem Waffenstillstand, besser gesagt, der heute de facto noch anhält, ist dann sozusagen die bessere Lösung. Ich fürchte nur, dass diese Zeit noch nicht gekommen ist. Und auch nach einem Waffenstillstand die Situation sich also nicht verbessern wird. Es ist eine unglaublich schwierige Situation, die man einfach im Augenblick wirklich nur mit einer gewissen Ratlosigkeit begegnen kann. Und in Wirklichkeit schauen muss, dass man alles unternimmt, um mittel- oder vielleicht erst längerfristig dann zu irgendeiner Lösung kommen wird. Die Lösung wird aber nicht eine solche sein, dass beide Seiten zufrieden sein werden. Muss es nicht auch im Interesse der Europäischen Union sein, möglichst schnell dieses Leid in der Ukraine zu beenden? Da geht es ja immerhin auch um tausende Menschenleben. Das heißt, hier zuzuwarten, ist das eine Option für die EU? Ja, ich glaube, das muss man wirklich der ukrainischen Seite überlassen. Solange der Wille besteht, das Land zu verteidigen, dann muss man einfach irgendwie helfen, wie immer man helfen kann. Und die Waffenlieferungen sind ja nur ein Teil. Ich glaube schon, dass die Embargo-Maßnahmen gegen Russland letzten Endes doch, aber leider erst mittel- oder längerfristig eine Wirkung zeigen werden. Aber es wird sicher so weit kommen, dass die Europäische Union sich vollständig von den Rohstoffen Russlands wird trennen müssen. Wenn wir jetzt noch auf die Situation der Europäischen Union im Detail blicken, diese 100-Tage-Krieg, die hat natürlich auch die Europäische Union mit begleitet, eben mit inzwischen sechs Sanktionspaketen. Hat die EU gemeinsam mit den USA hier auch Fehler gemacht in den vergangenen 100 Tagen? Gut, Fehler werden immer gemacht. Ich glaube auch, dass es hier Unterschiede gibt zwischen der europäischen Position und der amerikanischen Position. Die amerikanische Position ist relativ komfortabel. Man liefert Waffen, ist geografisch weit weg von dem Krieg, von den Geschehnissen, während für die Europäische Union sehr viel mehr dran hängt. Nicht zuletzt auch, wie wir sehen, wirtschaftliche Fragen wie die Rieseninflation, die nicht nur vom Krieg ausgelöst wurde, aber dennoch damit zusammenhängt. Die ganze Lieferung, Weizenlieferungen, Mais und so weiter und so fort sind jetzt gestoppt. Und ich fürchte, dass das in den betroffenen Staaten und Regionen, Nordafrika und in der Sahelzone durchaus auch Migrationsströme auslösen könnte. Das heißt, heute zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Tag, meiner Meinung nach, weil der Präsident der Afrikanischen Union in Sochi bei Präsident Putin ist, um über Weizenlieferungen zu verhandeln. Und das muss, glaube ich, die Europäische Union voll unterstützen. Wir müssen hier stärker mit externen Partnern sozusagen arbeiten und versuchen, das Umfeld so weit wie möglich einzuhegen. Dazu gehört natürlich, die Nahrungssicherheit wiederherzustellen. Und dazu gehört aber auch, mit China ins Gespräch zu kommen. Denn für Chinas Interessen ist der Krieg ein zu lang fortgesetzter Krieg, zweifellos auch mit vielen Problemen behaftet. China steckt in einer ziemlich schwierigen wirtschaftlichen Situation, hat ein riesiges Budgetdefizit, das wesentlich größer ist als das Japans. Und das ist schon riesengroß. China hat eine Immobilienblase, die sehr problematisch für die Wirtschaft ist. Und als exportorientierter Staat ist natürlich China daran interessiert, dass die neue Seidenstraße funktioniert, dass die Exporte funktionieren und so weiter und so fort. Das heißt also, hier meine ich, dass sich Europa und China zweifellos treffen könnten. Und ich kann nur hoffen, dass bereits hinter den Kulissen diesbezügliche Gespräche laufen. Können sich China und Europa tatsächlich treffen? Denn immerhin pflegt ja China auch eine sehr, sehr enge Freundschaft zu Russland. Ja, aber wenn man die Rolle Chinas genauer betrachtet, dann merkt man, dass China sehr wohl sozusagen hinter Russland steht, wenn es um die Festlegung auf den Gegner gibt. Und das ist die NATO-Osterweiterung. Aber schon der zweite Satz bei China war ganz von Anfang an, dass sie die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten akzeptiert. Und dann ist die Ukraine für China nicht ganz unwichtig. Es gibt seit 2013 einen Vertrag, der auch gewisse sicherheitspolitische Klauseln enthält. Wie zum Beispiel, dass man sich im Falle eines Atomangriffes beisteht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist eher vage. Aber dennoch hat sich China hier sehr weit vorgewagt. Und China hat schon ein Interesse, dass die Regeln, die aufgestellt werden, Verträge, die abgeschlossen werden, eingehalten werden. Sie haben Erfahrung in schwierigen Verhandlungen, waren Ende der 1990er Jahre Vermittler im Kosovo-Konflikt. Wenn man auf die handelnden Personen hier schaut, Putin und Zelensky, kann man Putin aus seiner Kriegslogik, die er hier an den Tag legt, überhaupt irgendwie herausholen? Das scheint mir im Augenblick sehr schwierig, wenn eigentlich unmöglich zu sein. Ich kenne solche Situationen mit dem serbischen Präsidenten, jugoslawischen Präsidenten, damals Milošević, wo wir noch wenige Stunden vor Beginn der NATO-Intervention übrigens mit einem russischen Mitverhandel und einem Amerikaner gemeinsam versucht haben, mit Milošević zu reden. Und da hat man schon den Eindruck gewonnen, da ist die Jalousie runtergegangen. Und er hat eigentlich mit allen Versuchen, unsererseits hier Milošević zu einem Kompromiss zu bringen, abgeschlossen. Und so einen Eindruck vermittelt auch Putin. Nur ist das eben Putin mit Atomwaffen und nicht, so wie vor allem Milošević, von einem relativ kleinen Land, wo man mit der NATO zum Beispiel, mit der Intervention dann doch den Krieg stoppen konnte. Wenn Putin unberechenbar ist, ist daher die Diskussion rund um einen möglichen dritten Weltkrieg, wo ja immer wieder, auch jetzt beim Thema NATO, Schweden und Finnland wollen ja der NATO beitreten, wo auch da wieder immer drüber diskutiert wurde, ist das ein realistisches Szenario an Dritter Weltkrieg? Naja, man muss da auch mit den Begriffen sehr aufpassen. Dritter Weltkrieg ist wahrscheinlich zu groß angelegt, wie wohl die Auswirkungen global sind, wie man eben an den diversen Nahrungskrisen zum Beispiel eben schon auch zeigen kann. Aber worin wirklich die Gefahr besteht, ist, dass Kriege beginnen auf eine Art und Weise. Sie enden aber immer ziemlich anders und das ist eben das Unberechenbare. Und ich glaube, da muss man eben wirklich schauen. Ich denke da vor allem an den Ersten Weltkrieg, der auch als kleiner lokaler Konflikt begonnen hat und ist dann in einem Weltkrieg geendet. Nicht, dass ich dieses Szenario jetzt sehe, aber ich glaube, aus dem Grund ist es schon wichtig, dass man hier wirklich alles unternimmt, um sich auf eine Situation vorzubereiten, wo dann in Moskau und in Kiew doch sich die Erkenntnis durchsetzt, jetzt wäre es besser, wenn es hier jemanden gäbe, einen Vermittler, einen Mediator, der uns hier hilft, da rauszukommen. Apropos Vorbereitung, eine abschließende Frage. Wie soll sich denn Österreich künftig gegenüber der NATO verhalten? Jetzt, wo Schweden und Finnland erklärt haben, sie wollen der NATO beitreten, was bleibt für Österreich? Naja, das ist eine Option. Ich glaube, die muss man besonders im Falle Finnlands anerkennen. Auch Schweden hat ja immer wieder Probleme gehabt, nicht nur mit der Sowjetunion. Auch russische Unterseeboote in der Ostsee waren immer wieder doch eine Belastung und eine Bedrohung für Schweden. Die österreichische Situation ist gewissermaßen eine andere. Vor allem aber ist es wichtig, in Finnland und auch in Schweden hat es dann letzten Endes, gibt es eine Mehrheit, eine ziemlich komfortable Mehrheit für den NATO-Beitritt. Den kriegt man in Österreich nicht zusammen. Und das ist eigentlich meine Kritik, dass man in den vergangenen Jahren es verabsäumt hat, eine offene, eine ergebnisoffene Diskussion über unsere Sicherheitssituation zu führen. Und zur Sicherheit gehört nicht nur eine militärische Sicherheit, da ist sicherlich die NATO eine wichtige Komponente und das eigene Bundesheer natürlich, sondern da gehört halt mehr dazu. Ich glaube, im Augenblick fürchten sich die Menschen in Österreich mehr vor einem Abdrehen des Gases als vor einem Angriff Russlands auf Österreich. Beides muss berücksichtigt werden. Ein umfassender Sicherheitsbegriff und ein Bedrohungsszenario muss genau und ausführlich analysiert werden, als Grundlage für eine Neuorientierung, die aber nicht schon zwischen diesen sozusagen binär, entweder NATO ja oder NATO nein, Neutralität ja oder nein, sondern wo man versucht, die komplexe Situation unserer Sicherheits- und Bedrohungslage zu berücksichtigen. Vor allem auch die Europäische Union, die ja in der Sache letzten Endes uns auch unsere gemeinsame Zukunft darstellt. Aber was bedeutet das dann? Wie soll denn Österreichs Neutralität ausgestattet sein? Da gibt es viele Möglichkeiten. Was sicherlich in den vergangenen Jahren unterbelichtet war, ist die Neutralität mit einer Politik zu unterlegen. Was heißt Neutralität und was heißt Neutralitätspolitik? Das heißt in Wirklichkeit Friedenspolitik. Das heißt also Vermittlung. Das heißt auch den UNO-Standort in Wien zum Beispiel zu stärken. Die OSZE, die im Augenblick also wirklich da niederliegt. Dass man sich da jetzt Gedanken macht, was es gibt. Und im militärischen Teil ist ganz klar, das Bundesheer muss tatsächlich modernisiert werden. Da muss auch ein Plan her. Man muss wissen, wozu. Aus dem Grund ist es eben so wichtig, dass man vorher sich überlegt, wie sieht denn der Status unserer Sicherheit aus? Und dann meine ich, dass man in Bezug auf die NATO, wo es ja schon seit Jahren durch die Partnerschaft für den Frieden Beziehungen gibt, einmal hineinschaut, ob man nicht zum Beispiel durch die BfB, also Partnership for Peace, versuchen könnte, hier enger an die NATO heranzurücken durch Interoperabilität und durch andere Maßnahmen. Sodass, wenn tatsächlich was passiert, dass man auch darauf vorbereitet ist. Aber ich meine auch, dass ein neutrales Land wie Österreich viel stärker auf die europäische Verteidigungslinie einschwenken muss. Oder gibt es ja einen Beistandspakt und ich meine, oder Beistandsvereinbarung zwischen den 27. Und da meine ich, dass sich Österreich hier aus dieser einseitigen, nur wir kriegen Sicherheit und wir entscheiden selber, wann wir Sicherheit geben, lösen muss. Und sagen muss, wir stehen bedingungslos zu dieser EU-Solidarität mit den restlichen 26. Das wäre schon ein wichtiges Schritt und würde uns sehr viel weiterbringen. Also hier gibt es viele Schrauben, an denen man drehen könnte, ehe man dann irgendeine Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung müsste wirklich seriös auf einer gründlichen Diskussion und Analyse beruhen. Herr Dr. Petric, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und das Gespräch. Danke sehr. Danke sehr.